Wir sehen uns so. Fake-News-Verbreiter Jens Spahn. Jens Spahn, der Desinformationsminister. Jens Spahn, bekannt für die Verbreitung von Fake-News. Wie ich zu diesen Schlagwörtern komme, das würde ich Ihnen gerne hier verraten. Ich würde Ihnen auch gerne verraten, warum ich heute hier in ganz ungewohnter Umgebung bin, weit weg von zu Hause und was Sie da hinten sehen. Aber ich verrate Ihnen das nicht hier, weil hier die Zensoren am Werk sind. Zensurtub würde mir bei jedem Wort, das nach Auffassung der Zensoren falsch wäre, hier den Kanal sperren. Dieses Damoklesschwert schwebt noch über mir und das will ich nicht. Darum lade ich das Video, wo ich all das erzähle, auf Rambl hoch, auf Odyssee, auf Plattformen, die nicht auf betreutes Denken setzen, die ihren Kunden und Zuschauern das Denken selbst überlassen und die nicht am Gängelband der staatlichen Meinungsfreiheit-Begrenzer gehen. Und auch hier auf YouTube kann es jeder hochladen. Die Partisanen-Informationstaktik, Sie können es auch auf reitschusterlehrzeichen.de bei den Unterstützern ansehen. Ich weiß, das ist umständlich. Ich weiß, da verlange ich Ihnen etwas ab. Aber mal ehrlich, ein Mausklick, um den Zensoren hier zu zeigen, was eine Finte ist. Ich finde, das ist nicht zu viel verlangt und so viel müssen wir zusammen machen. Darum hoffe ich, Sie sind da auf meiner Seite, weil so einfach wie mit einem Mausklick haben Sie noch nie ein kleines Zeichen gegen Zensur, gegen betreutes Denken und gegen die Einschränkung der Meinungsfreiheit getan. Also deshalb bitte jetzt Mausklick. Unten sind die Links, wo Sie mein eigentliches Video sehen. Wenn ich vor Gericht durchkomme gegen YouTube und wenn eine der Verwarnungen weg ist, dann mache ich wieder hier die längeren Videos. Aber bis dahin bitte unterstützen Sie mich bei dem Einsatz gegen die Zensur, gegen das betreute Denken. Dann verrate ich Ihnen auch, wie es zu diesem T-Shirt kommt. Alles Gute, Danke, Ciao. Ja, eine Frage noch heute, keine Frage mehr. Und das, was ich vergessen habe, wird auch auf dem anderen Video sein. Grüße hier aus der Ferne. Alles Gute, Danke, Ciao.